das ist die eiserne Dame die müsste dastehen oder da ich weiß es nicht wo ACHNO! 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 Boah, ich hätte mir sowas von in die Hosen geschissen! Sind Verbündete sichtbar? Ja, Verbündete sind mit weißen Rauten markiert. Nur zur Bestätigung, wir dürfen die Gebäude nicht beschießen. Wir vermuten, dass sich dort immer noch Zivilisten aufhalten. Nicht die Gebäude angreifen! Meta 01 steht im Orbiter-Zoom-Hammer vor Beziele an. Roter Rauch in der Landezone! Die Ziele deutlich dieser Position erledigen! Die AC-130 ist schon ein geiles Flugzeug. Auch bei Battlefield. So, der Hubschrauber und dann der jetzt hier. Nachgeladen. Dann der. jetzt hier. Moment, wo man das spielt, denn hier wird ja mal nirgends die schlimmsten Wäckse. Die Hubschrauber sind die schlimmsten Wäckse, die es gibt. Kaartschilde, in den Propeller rein. hier gibt es ist ein schönes Massenkreis hier zwischen drei Minuten oder auch so dort gesessen Freigabe für Bomben abzuwissen Ich nehme schon mal den hier. 001 2 2 2 2 2 2 2 auch sie sind hat gesessen und mein Leben auch hier ist nur noch ein Scherz der Unterkleidung hier die Hauber gleich hier rein Boah, herrlich hat sie zerwext Normalerweise hätte der Propeller längst kaputt gehen müssen und das Teil dann nach unten gestürzt, aber nein Los jetzt, ja Wir werden von dem Gebäude vor uns mit Raketenwaffern beschossen, sofort angreifen Verstanden, sehen Rauchspuren von Raketenwerfern im Nordwesten Overlord, wir registrieren an Feuerwaffen und Raketenwerfern Na ok, dann sehe ich, wir sind schon, dann hauen wir den Schlammer hier rein Das Gebäude ist erledigt Der Rücken jetzt noch keiner auf der aller Straße, leite vor Nicht im Anstieg noch mehr Uhr Paketenwarnung Oh nein Los nicht Stoff bloß nicht ab Los nicht abstotzen, du Bitte Bleib am Himmel, bleib am Himmel, du schaffst das Ich bin auch bei dir, ja, du schaffst das Boah Hammer, das Lensersystem zeigt überall Ziele, wir müssen verschwinden Verstanden, 6 Boah Hammer Wir stehen weiter unter Beschuss von der Botschaft, brauchen Hilfe Battle 01, wir können einen Überflug machen, einen einzigen Gefeuert 10 10 8 1 2 1 2 3 5 5 5 5 5 ich will meine Waube zurück auch schloch auch auch bevor das war nicht so schlau auch 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 Lala, dann ist es irgendwo ein baugereitiges Gebäude durch. So. Dann haben wir noch so viele Stamzenheuser. Nein, jetzt schlau ist. Komm und er geh, wenn du schlau bist komm. Na warum denn eigentlich nie? Wir stehen unser schwerer Beschluss dieser BNG erledigen, sofort! Ja, komm jetzt her, ja. Ja, endlich kommt ihr auch mal. Ja, 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 die Lausse nur kommen können. Nö, nicht einfach so abschließen, ja? Aua, ein Fimuliftel hat die, der Schütze nicht gesehen. Ach, man muss ja so. scheibe komponiert Acht mal hier ausruhen, so geht das doch nicht. Warum raucht'n das noch, Aua? Exekutieren Sie die Verbündeten zu Landezode. Immer gerne. Los, scheinen Sie aus bevor Delta hier ankommt. Nicht auf die Hammerfeuern, das sind unsere Jungs. Crew, verbündete Fahrzeuge am Boden. Westlicht des Brunnens, wiederhole, Westlicht des Brunnens. Viele Feinde nähern sich, hier muss irgendwo ein Nest sein. Ich glaube, jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Die Landezone ist zwei Kilometer nötig von hier, Bewegung! In den Hammer mit Wolk, los! So, einmal weggewichstes Vieh. Sind Sie da? Ja. So. Aaaaah, verdammt! Ich sehe doch jetzt wieder nichts. Nach links! Sicher, los geht's! Feindlicher Panzer hinter uns, Arsch! Schaff nach links! Marisch, Marisch, kein Problem! Na komm, jetzt mach mal ordentlich! 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 Ja, und nimm den mal! Schaff nach links! Schaff nach rechts! Schaff nach rechts! Nach rechts, nach rechts! Schaff nach rechts! Vremliche Flieger im Anflug! Schaff nach rechts! Ihre heimliche Böbel greifen Sie gar nicht mehr an! Auf klare Schusslinie erwarten! Wir wollen nicht unsere Jungs treffen! ja ja das muss doch nicht hinkriegen dass die in diesen schweizfreien fliegen so jetzt und anzustrengen nach nicht unsere Treffen aber er wackelt schon er wackelt aber fein was sind da weggeflogen von denen ach war da ist schön reingerannt auch nicht mehr in der Auffang für die Suche im Erkopf und es wird nur unter und weiter geht 2 wo es leichten Fehler aber verkackt ja ich halte und aus diese das war dann guckte man oben von den unten kann man hier noch irgendwelchen Nee, aber keine Asma Den senden wir doch nicht, nein, genau Du Oh, wo kommt denn der jetzt her? Ja, machen wir das nochmal Mal Au, was Hammer denn da Das ist so lästig So, es müsste es aber jetzt Herrlich, was für ein Feuerwerk Herrlich, was für ein Feuerwerk Ja, jetzt kommt alle Oh, wir haben nur unsere Späßchen hier Verständigt, erledigen die Ziele vorhin Aua Alles ist fertig, oder? Dickerchen, ja du bist mein Dickerchen Ja, du bist mein Dickerchen nicht Ja, äh 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 Aua Lange hält er nicht mehr Aua Ja Aua G6 Da haben wir hier irgendwo noch einen Panzer Ja, da hinten Und dann da hinten noch was So Haben wir da noch was? Da, den da So, das war's Jetzt Ähm Nein Doch, hier So Roger Richtig, die Kuss, meine Herren Ich glaube nicht, dass wir so nicht durchhalten Da holt mein Haufen Panzer vom Vorab Nächstes Nagger, Tief Zumal Sehen Ja Nein Man kann unserer Frei nicht vor ins Klimaschule Sehen Mega-Sies Hier ist nichts Braucht aber nicht mehr Hier sind genau in der Mitte der Brücke Alle Störzer von uns kann dem Erdbooot in was wir entwerfen die Musik und dann dieses Gefescht und dann einfach Hammer in diesem Spiel. So. Jetzt. Hat er aber richtig zu fressen. Wir kommen da vor. Jetzt kann man doch nicht lange halten, ey, das ist doch krank. Jetzt. Los geht's. Wir verschwinden von hier. Frost, an Bord. Ups 2, drei, eine weitere Ziele mitgebutt, alles klar. Bereitschunft 2,2, Startaufsgerät. Nachbarn ausweichen. Meter 6, Fение 1, Heldach. Hat uns ein Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Free Gator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In sechs Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für diese Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klickt Jan Tur. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über zwei getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das Bier. Willkommen in Prag. Ja, so sieht's wohl aus, aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Also ich geh jetzt erstmal schlafen. Wir haben das schon sehr, sehr spät. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay.